Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zu Battlefield 1, die Beta zusammen mit Linus. Moin moin Freunde, wir sind wieder unterwegs auf der MFZ. Nein, nein, warte, 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 ich will warten, ich will warten. Ich sag Conquest und ich rate sie naiv. Ja, richtig? Es ist halt die Beta, es ist halt auch die Beta. Es gibt nur die eine. Ich geh mal hoch, ich guck mal, ob ich da hochkomme. Pass auf, hier oben ist einer schon. Wow, und keiner ist da drauf. Du musst meine Granate treffen. Ne, ich werde selber getroffen. Schnell eben raus. Die sind noch über mir. Das sind keine gute Aktion. Und ich bin da und das war echt keine gute Aktion. Wir waren auch nicht direkt beisammen, wir müssen uns noch mehr drauf konzentrieren. Ja, das ist richtig. Schön beisammen zu stehen. Das bist du jetzt, du bist jetzt medik. Ich bin jetzt medik. Du kannst hier also eine andere Klasse von mir suchen. Ey, ich werde Snipper spielen. Ich habe sogar die Flare Gunn wieder reingenommen, um die zu spotten. Verstehst du? Aber du musst nicht die, die brennt, sozusagen hellbrennt, sondern die Standard. Ja, die heißt auch Spot, also insofern wird es die sein. Ich geh mal zu Smaldal, oder so heißt der. Der ist hier noch in der Nähe bei Cesar. Ich komme direkt eigentlich zu dir, aber ich sehe dich gar nicht. Ich werde geschossen. Keine Sorge, da kommt ein Leecher vorbei. Ne, was ist das Leecher? Wenn du den machst, kriege ich. Ich mache genug Schaden. So ist es nicht. Ich kriege auch so deine meine Punkte. Boah, ich habe hier mal fast keine. Im Haus gegenüber sind noch welche. Jetzt müssen wir eigentlich mal stürmen. Ich habe einen. Down, down, down. Wow, 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 wow. Fuck. Da kommt einer rein ins Haus. Ja, der hat mich auch gleich. Der hat uns beide. Ich habe auch nicht schnell genug gekriegt, beziehungsweise ich dachte, das kämpft von weiter weg, also der Schützerne. Ich hrde, ich hrde, ich hrde. Guck mal, wir können hier in so einen Wagen gehen, da sind wir auch gleich vielleicht bei Cesar, wenn er richtig fährt. Der ist voll, ich steig aus. Kommst du mir? Ne, ich bin auch drin. Ich war zuerst, jetzt bin ich auch raus. Aber wir haben es einigermaßen. Ich muss eben noch eine direkt vor die Flinte laufen. Die ist einfach so geil. Das ist echt mit Abstand meine Lieblingsgun. Wo die nicht mal großartig effektiv ist, also jedenfalls nicht mit der. Ich habe immer das Gefühl, man könnte mit der richtig krass sein. Ich bin es nur selten. Hab ihn. Aber die macht einfach super viel Spaß. Wollen wir hier kurz reingehen in das Ding? Ja, ein bisschen Deckung wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann nehmen wir mal das Gebäude, das noch im Radius ist. Ich bin ja noch im Radius. Achso, du meinst das Fahrzeug. Ich dachte, in eins der Häuser. Du bist doch nicht drin, ich sehe ja auch. Okay, ich komme mal zu dir zurück. Bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen, Dein. Gut. Ich komme jetzt noch rein. Okay, okay. Ich komme aber direkt voraus. Ich habe eine scheiß Busi. Ich bin jetzt vorne rechts raus. Vorne rechts? Okay. Ich werde es versuchen zu berücksichtigen. Fahre uns die noch ein bisschen zu B nach hinten rum. Nur 17 leben noch. Ich glaube, ich steige hier gleich mal aus. Ne, mach mal, breit mal noch, breit mal noch. Kommt noch. Ich weiß es nicht. Ich versuche uns noch zu B hinter B zu bringen. Und da können wir da auch steigen. Jetzt. Okay, okay. Das ist ein Breser, ne? Oh, der hat mich auch, der hat mich auch. Das war einfach zu berät. Die, glaube ich, hat einen Rein-Mann-Granat erwischt. Der hat mich sogar noch geheilt von den Jungs. Die war heilt. Oh, der stirbt zuletzt. Nee. So, ich dachte, Vodos revived. Nee, 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 nee. Schade, schade, schade. Komm einfach zu mir. Nebel und Sturm nach vorn. Weil wir machen uns hier gar nicht schlecht. Also, wenn du irgendwie dazukommst, dann wäre das schon gar nicht schlecht. Ich bin schon hier gespawnt. Ich bin hier gerade zurück. Naja, wenn ich ihn auch reingenommen habe. Wir sind hier wieder draußen, um in meinem Gewehr schießen zu können. Hier ist der Flamer, den kannst du hier mal schnappen. Den hätte ich auch gerne haben. Ich will doch erstmal diese Bomber hier beschießen. Da ist einer rausgekommen. Der darf den Flamer nicht haben. Das ist meiner. Mal gesehen. Okay, okay. Wo ist denn der? Ja, ich habe ihn gebürnt. Sauber. Stehst du heute cool? Lass mich noch rein. Ich fahre nicht. Achso. Na gut, dann kann ich auch nichts machen. Ich hoffe, er fährt in die Richtung. Sieht jedenfalls so ein bisschen danach aus bis jetzt. Das ist ein bisschen zaghaft mit seinen Flamer. Jetzt fährt er woanders hin. Ja, wir bleiben trotzdem nur noch ein bisschen am Stockraum. Das würde ich sagen. Hier oben auf dem Gebäude ist einer drauf. Da streckt noch einer drauf. Unten ist nicht mein Fortzimmer. Ich bin besser drin geblieben. Ja, aber auch die bessere Wahl. Wir sind nämlich direkt noch vor dem Haus heute welche, aber auch oben auf dem Haus selber drauf. Also, da wirst du gut beschossen. So ein schönes paar Kills. Du kannst auch noch rein. Ich bin jetzt einfach zu B gespawnt. Da wollte ich eigentlich nicht geklickt werden. Na gut. Du bist zu B gespawnt, ja? Nee, eigentlich zu dir. Ich habe auf deinen Namen geklickt und eine Nähr-Taste. Dann bin ich bei B gelandet. Ich habe hier so viele Leute schon weggeheizt mit der Sache. Das ist doch geil. Ich könnte auch mal ins Hauptgeschütz gehen. Das ist ein sehr affreit. Hauptgeschütz. So, ja, mach, mach, mach. Ich bin gleich auch bei Dora. Ich werde nicht mehr so weit entfernt. Spann dich mal schnell durch bis ins Haus rein. Komm, zeig doch euch. Wieso trifft das denn nicht? Boah, jetzt haben sie mich. Nein, komm mal jetzt zu mir. Mir geht's noch gut ab. Ja, ich war ja noch bei einem Punkt dran. Ich bin gar nicht zu dir. Du müsstest zu mir kommen. Wahrscheinlich, wenn wir noch im Gefecht sind. So, pass mal auf, komm mal jetzt zu mir. Ah, nee, nicht. Na, jetzt werde ich auch noch beschossen. Ah, ich bin hier weg. Okay, jetzt müsstest du langsam kommen. Nein, ich werde schon wieder beschossen. Ich bin nicht. Aber ich komme anders dazu. Auf die nächste Nähe gegen Flamesrowers ist immer nicht gut. Könntest du mir aber mal ein Leben geben, wenn du sagst. Ich bin ein Snipper. Oh, schade. Komm, welche von links. Oh, oben im Haus sind noch welche in dem Standardhaus. Oh, es war Leute. Oh, die werden gerade weggeheizt. Die sind weg. Revolve mich. Revolve mich. Ach, sogar Nelly. Ich kann nichts für dich tun. Ich meine, du bist in diesem Flammenwerfer-Elite-Kit echt super langsam. Aber ich habe schon schön ein paar Leute geburnt. Ja, ist auch okay. Muss auch mal sein. Ich stehe jetzt mit Dora. Oh, Dora. Kannst du bei mir in der Nähe bleiben? Ich bin bei dir. Ich bin ein bisschen langsam. Wie du wahrscheinlich auch schon siehst. Klar. Und Flamer bist du auch. Guck mal, geradezu sind schon welche. Richtung Norden, so halb. Aber sind jetzt natürlich nicht für meine Reichweite geeignet. Da habe ich noch einer. Ich habe einen davon. Das ist ganz schön. Ich burn hier gerade noch einen. Ich burn hier noch einen. Ja. Immerhin. Einen noch bekommen. Jetzt könnte ich sogar noch Revived werden. Da sind Medics in der Nähe. Also, auf die Entfernung bin ich mit dem Kimber-Counting noch nicht gut. Ja, so muss man erst ein richtiges Gefühl dafür bekommen. Aber auf die Nähe bin ich's. Damit mache ich dich schön weg. Okidoki. Wir könnten zu... Immer noch zu groß haben, wahrscheinlich. Wow, hinter uns. Ja. Ich requeste, ich bin's eigentlich direkt so ziemlich vor dir sein. Du hängst hier so komisch im Gebäude rum. Ich guck mal, ob ich dich noch finde. Du bist hier reingefallen. Ja. Du bist durch die Wand gerutscht. Ist natürlich auch eine Kunst. Ja, über so lange es funktioniert hat. Stimmt schon. Ist ja noch die Beta. Ist die wahren, wenn ich's geht. Drücken wir zwei Augen zu, dann geht das. Mal habe ich schon eingespottet. Und auch erwischt. Das ist noch einer. Ich gehe kugeln. Das geht nie ab. Ich versuche bis zum Punkt jetzt ranzukommen. Ich bin jetzt bei Nora. Ich komme mich noch nicht vorwärts. Ich bin noch 50 Meter entfernt. Ich komme auch mal näher. Aber da sehe ich schon wieder welche. Einen habe ich. Ich renne zu dir rüber. Klar ist ein Tank draußen, oder? Ja, ja, ja. Ich sehe es. Ich komme auch gerade so rein. Hier folgt uns gleich einer. Pass auf. Kommt nach hinten raus, aber ich sehe mich. Weißt du, was ich habe hier? Sehr schön. Ich sage, ob die Nähe klappt, das darf ich dir echt böse weg. Aber so ab 50 Meter, würde ich sagen, geht's da vielleicht gar nicht mehr. Da treffe ich super schlecht. Okay, wir haben den Punkt. Wir könnten einfach zu Cäsar laufen. Das würde ich sogar für das Bestein. Okay, mach mal. Wow, 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 wow. Ja, wir müssen wissen, der Bomber. Okay, ich bin hier auf den Fersen. Ja, das ist hier schon. Das ist hier rechts lang versuchten. Aber es ist hier alles schon kaputt gemacht worden, wie das aussieht. War glaube ich was. Nee, das ist gut, glaube ich, hier so ein bisschen. Fuck, 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 doch, ich bin noch rübergekommen. Ja, ich bin hier, hast du gesehen? Ninja, Ninja war das nicht. Ich habe noch nicht gesehen. Smooth. Da oben ist einer drauf und hier geradezu einer. Achtung. Einen unten habe ich, aber der oben nimmt mich gleich auseinander, der hat mich. Nicht ganz so ran sucht. Ich bin jetzt schon bei Arzen direkt bei A. Spawner einfach zu A. Wo ich oben das Geschütz vielleicht zurückkriege. Das ist nämlich ziemlich geil. Ich glaube, der Tank ist sogar schon unterwegs und zwar für uns. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ich sehe hier keine Armgeber. Einer war da. Ich kann auch zu dir spawnen. Das ist so schön. Ah. Wow, da unten ist noch einer. Ich messer ihn. Besser gesagt, Axten. Nice. Ich habe auch die ein paar hier weggeheizt, glaube ich, zwei Stück. Wir müssten dann mit der Angreifer vielleicht sogar schon Daumen haben. Jetzt noch einer in der Kalle. Ab ihn. Böse. Da habe ich schon ein bisschen mehr kassiert. Bist ja auch mehr weg, ne? Ja, ja, ja. Guck mal, da hinten kommen wir, ich will. Richtung Dora. Richtung Dora. Schlecht getroffen. Das ist mir fast ein bisschen zu weit. Ach, da ist es ja schon. Einen habe ich noch. Sehr schön. Aber der Zug ist von uns, ne? Der Zug ist von uns. Wo sind sie denn noch? Auf einer Flur. Richtung Bertha sind zwei auf dem Feld. Komm mal lieber hier zu mir in Wagen. Sagen wir ziehen trotzdem mal weiter. Bin down. Die sind doch noch. So nah, ja. Ja. Da habe ich gestorben, wenn es einer. Ich versuche mir hier schon hochzukommen. Der ist jetzt runtergesprunten. Der läuft jetzt künstas Gaste gleich da. Auf der anderen Seite kommt er weiter. Boah, da war noch einer. Da muss noch einer gewesen sein. Hier um die Ecke rum. Um den Berge noch rum. Und das Glocket Fay. Ich muss erst mal schauen. Trotz called nach man. Ich habe ein bisschen. Sehr schön. Hier kommt er noch rum. Okay, harte. Das ist ja schön. Sehr schön. Knappe Sache. Bis heute in der SchauschredINA Radio. Schöne Show. Wo, 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 da ist noch einer. Oh, Hilfe zieht der Skill. Guck mal, hier hinten ist der Wagen, den könnten wir uns jetzt schnappen. Ja, jetzt fahren wir zu ihm hin. Genau. Bist du da drinnen? Ja. Sauber. Wir sind schon wieder hinter uns. Ja, gut, jetzt wollen wir erstmal ihm hin. Ja, jetzt bist du prioritär. Eins nach dem anderen, ja. Ja, wie gesagt, Emil ist auch ein super wichtiger Punkt wegen den Fahrzeugen einfach. Ja, und dem Flieger, dem Flieger. Ja, genau. Den darf man euch nicht überschätzen. Guck mal, gibt es die Waffennehmer? Nee, leider nicht. Sonst wäre ich schon draußen auf dem Weg dahin. Ja, ich finde die gar nicht so geil, weil du dich einfach hinlegen musst, um ja zu feuern. Das ist einfach auch die Ultrasniper. Können wir die auch so abfeuern, dann fände ich die auch richtig geil. Das sind Dinge, naja. So spiele ich in der Regel einfach nicht. Sonst wäre die aber auch zu stark. Ja. Dora? Ist markiert? Oh nein, er braucht ein bisschen den Hang hoch. Ich habe vergessen, wenn wir gleich welche sehen, du musst dann stehen bleiben. Ich sage dir das mal an. Oder sag du, wenn du welche siehst, weil du siehst besser als ich. Ich sehe die ja viel besser, hier gerade von außen perspektive. Ich finde die natürlich so vom Bild her nicht so geil. Sieht von innen daraus einfach schöner aus, aber du siehst so viel besser. Okay, das mit dem nicht schießen wird diesmal glaube ich nicht funktionieren. Die Kiste ist voll. Mario! Zack. Bebebebebebe. Nice. Das ist hier nur niemand. Okay, okay. Ach, das können sie so nicht. Da ist einer. Klar dazu. Wir stehen, wir stehen. Wow, 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 wow. Raus, 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 raus. Ich gehe raus im Chaos, ja. Ich habe hier noch einen. Ich hasse es, wenn der hier in so eine Stufe nicht hochkommt, weil der ist ein Fassbar. Wow, 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 Panzergerät ist hier drin. Das ist mal hart in Deckung. Und down. Oh Gott, das sind noch so viele. Die kommen nicht zu mir. Ich bin auch down. Ich weiß nicht genau, was das war. Die kam aus der Stadt und zwar echt super. Ich wurde irgendwie verbrannt von jemandem mit einer MP18-Trench. Jetzt schnell. Nach vorne. Nach vorne. Ich bin schon unterwegs, das haue ich immer sofort rein. Klar, ich auch. Okay, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen was bomben können. Deswegen ist der da schon. Oh, da sind sie so dick. Oh, da will ich nochmal rüber. Ich habe ein bisschen was beschädigt. Ja, wir fliegen da auch nochmal hin, keine Sorge. Wir haben uns aus dem Tank. Jetzt musst du nochmal ran bringen. Es sind so viele unterwegs. Schieß doch. Schieß doch. Digga, der ist am Durchladen. Immer mit der Ruhe. Ich schieße schon, wenn du es weitergehst. Nee, weil es geht nicht nach. Doch, der ist durch. Genau, am Cooldown. Aber dann muss ich das. Was, doch soll ich die ganze Zeit schießen? Das ist Timon. Okay, okay. Ich bin in der Konsole. Okay, alles wieder cool. Alles wieder cool. Dann ziehe ich ihn auch am besten mal hoch. Ja, mag ich auch. Ich ging auch wieder zurück zu Dora. Ich ziehe mich ab. Boah, das ist einfach sahnig. Ich liebe das Gesetz hier vorne. Werden aber die ganze Zeit gefragt. So ist es nicht. Werden sich doch nicht tatsächlich mit uns annehmen. Guck mal, die haben Emil eingenommen. Das können wir so nicht sitzen lassen. Guck mal, da vorne. Der ist aber hart. Man muss sich schon mit den Bocken treffen. Ich habe den jetzt 6 Damage gemacht. Ich habe erstmal ein bisschen in Höhe gewonnen. Wenn er uns nicht so leicht beschießen kann. Wir wurden gerammt. Ich habe schön ein paar Infanteristen weggesägt. Okay, uns ziehen wir auch gleich. Klar. Ich habe noch so als Dropplier. Ich habe noch keinen geswattet. Es gibt auch nicht die schöne Waffe. Ach, Mist, 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 Mist. Sehr schön. Ja, warte auf uns, warte auf uns. Jungs, Jungs, Jungs. Noch einer ist vorhin. Das geht auch okay. Komm schon, komm schon. Wir hören uns mal. Ich muss mal ein bisschen nerven. Jetzt ist der Wurm drin. Jetzt wird einem Hektik und Stress gemacht. Jetzt schieße ich noch ein bisschen Bild in der Gegend rum. Ja, ja. Da kommt schon Norons angeritten. So was wird mal vergessen in der Fahrt. Erst runter. Das klingt so verdammt nach Endmucke. Zwei Tickets noch. Zwei Tickets. Wir sind gleich durch. Jihau. Was ist da noch nicht? Ich schieße jetzt einfach nur in die Weltgeschichte zum Ende. Ach so. Hach verloren. Aber richtig. Hat sich auch nicht an irgendeinem Punkt so wirklich nach Sieg angefühlt. Nee. Ich meine, es gab ein paar schöne Szenen auf jeden Fall. Aber so insgesamt haben wir doch eher kassiert. Persönlich wie als Team. Das hatte ich auch so das Gefühl. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt noch nicht in die Score geschaut. Ich habe längere Zeit nicht reingeguckt. Ich hoffe, es ist noch möglich. Und nicht wieder der schöne Beta-Bug. Da ist sie. Guck mal, guck mal, guck mal. Hallo. Da sieht man sogar unsere Hübschen. Sind wir schick vertreten. Handgun-Kills. Genau so sieht es aus. Squat-Squat. Was auch immer. Aber ey. Egal. Es ist gut. Es ist doch ein Highlight, Digga. Es ist ein Highlight. Ja, tatsächlich sind wir so gut. Alter, guck mal in die Normale. Guck mal. Top 3. Top 3. Ey, was haben wir gesagt? Man lief voll so dritt bei uns. Die Score sagt das. Und die Score hat immer recht. Das wissen wir alle. Na gut, Leute. Trotzdem machen wir hier ein paar Szenen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Willst du noch irgendwas sagen? Ein paar letzte Worte. Nö. Eigentlich wurde alles gesagt.